Sie sollen auch nicht abgeknallt werden vom Tricks Hotel. Ja, ne. Alter. Was sehe ich hier? Nee. 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 Alter. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Warzone auf diesem Kanal. Heute gibt es für euch eine Runde Squads mit Pinek, Helios und Happy. Wir haben die Tage ein paar Games miteinander gemacht, davon haben wir viele in Downtown verbracht und das neue Gebäude besucht, beziehungsweise das neue Event gemacht und damit den Specialist-Bonus und auch das ganze Cash eingesammelt. Was daraus geworden ist, das seht ihr in diesem Video. Es ist ein kleiner Zusammenschnitt aus den verschiedensten Games und wir haben viele Wins geholt, viele coole Momente gehabt. Ich wollte euch daran teilhaben lassen. Also viel Spaß und Enjoy. Eyo, was muss ich jetzt genau machen, um einen Specialist zu kriegen? Dieser Auftrag, der bringt Specialist. Also da gibt es eine Keycard, womit du im Bunker dann eine Raison aufmachen kannst, wo dann vier Specialists rauskommen. Und wir landen halt oben und wenn den keiner annimmt, gehen wir halt runter und nehmen den an. Und falls die jemanden annimmt, töten wir dann alle wieder. Kann man nicht auch noch C4s machen? Ja, also. Ja, aber die sind so nervig, weil da kommt die ganze Zeit diese Kampf um Strauber. Der Trick ist nicht down zu gehen. Ja, fuck mal diesen Contract, die kommen da eh nicht mehr hoch. Der Feind nähert sich. Ziele sind markiert. An die Arbeit. Pisser! Oh, Digga, ihr... Echt? Nee, Digga, hier lande ich nicht mehr. Das ist doch Int. Ich... Das läuft weg. Hey, aber nicht. Mit meinen 71 Schuss bist du zu langsam. Der Specialist! Der Specialist! Oh, ihr Geier, Digga! Keiner ist so schnell wie Leute, die Specialists sehen, Alter. Holy shit! Keiner nimmt Specialist schneller als die eigenen Teammates, ey. Ja, Digga, ist so. Richtig belastender Content. Würdest du da gedauert liegen, da würden alle rumheiern. Ey, das ist jetzt der Trick. Oh, ja, Digga. Immer wenn ich gedauert bin, sag ich, kommt mich einer Reson eben gelegt auf einen Spezi-Bonus. Reingelegtes Lügen. Neee! Jawohl! Der ist down. Fick ihn, Alter. Zwei Leute, hit the blow. Wo laufen die lang? Nach links weg. Attacke! Attacke! Da sind zwei down. Auf der Seite der Autorreitung. Beide Kippen. Direkt vor Ort. Auf der Seite der Autorreitung. Und die wurden vernichtet, würde ich sagen. So. Ihr ist nach dem Anzeiten geworden. Groß, oder? Ja, grün. Grün, grün. Habe ich. Daneben, auch, daneben. Daneben, auch. Der ist down. Nee nee, nee, das war nicht der bei grün. Ich habe den gekillt, der da dran war. Keine Ahnung. Leute, bei mir? Wie viele? habe ich habe ich habe ich habe ich habe ich aber der cluster für mein leben die haben alle so geschwitzt ist so krass ja aber die haben auch viel einfach gesessen weder wenn nicht ja nein es war absolut schillige lobis sie auch nicht abgeknallt werden vom tritts hotel und jetzt wird er hier und jetzt wird er überfahren warum legt er sich dahin das weiß ich nicht ja wo ist er denn ist gut oder ja ja so kommen herner überfahre ich euch da kommen wir hier noch einer dauern noch einer dauern wo sind die denn die anderen die hier auch noch ein team zwei volle teams laufen alles hier ich habe jetzt mal alle gesnipet ich habe alle gesnipet alle von denen gesnipet sind aber noch mehr glaube ich oder ich bin am arsch ich bin auch tot ich sterbe einfach ich komme nicht aus dem fenster raus digga oh mein gott kannst du mal geld droppen einmal irgendwie ein bisschen was dann kann ich einfach mal ich bin bang für eine spende kauf mir einer platten das ist der im auto der ist der im auto ist alle drei ich habe hier drei weg es geht bei die pet hätte sollte er will den spitze wieder haben ich suche schon drei gehofft ich weiß noch nicht wie der da weg kann über das offene feld ist er nicht hier der hat ich habe schon ein noch nicht gestorben amateure ich gönn dir da der alte holz michael und bekommen dass er gestorben ist ja ich auch gerade dringendet ich habe keine hier ballern welche ich mache hier sind zwei teams oh hinter uns naja absolut geisteskranke drohne noch ein team ich werde von rechts close close die sind da ja das ist die sind im gas schon die haben keine chance dass da noch weg zu kommen aber was so 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 so